Schaut mal, was für ein schönes Schloss. Wer hier wohl wohnt? Das ist das Schloss von Prinzessin Celestia. Und hier haben wir einen kleinen Drachen. Wie heißt er nochmal? Spike! Sollen wir die Schachtel aufmachen und das Schloss zusammenbauen? Ich bin sehr gespannt. So viele Teile. Das ist die Treppe. Und was ist das? Hm, ich glaube das sind die Fenster. Hier haben wir das Geländer der Treppe. Los, lasst uns alle Teile zusammenbauen. Wo ist denn Prinzessin Celestia? Ist sie noch in der Schachtel? Lasst uns nachschauen. Da ist sie ja. Lasst sie uns auch auspacken. Ich dachte schon, ihr habt mich vergessen. Da ist noch mehr in der Schachtel. Könnt ihr das auch rausholen? Ja, natürlich. Jetzt haben wir alles ausgepackt. Das Schloss hat ein prächtiges Tor. Seht ihr? Die Säule kommt hier hin. Jetzt ist das Obergeschoss an der Reihe. Jetzt können wir die Wand montieren. Der Thron der Prinzessin kommt hier hin. Unser Schloss ist fertig aufgebaut. Wir müssen aber auch noch Prinzessin Celestias Sachen einräumen. Celestia, wo bleibst du denn? Hab Geduld. Ich komme ja schon. Ich will mir erst mal das Schloss anschauen. Ich auch. Hopp, 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 hopp. Tada, da bin ich. Schau mal Spike. Das ist das Badezimmer. Ui, das ist aber schön. Hopp, he he. Prima. Und hier hängt ein Handtuch. Ui, so ein flauschiges Kissen. Juppie! Los, Celestia, komm her! Ist das Schloss nicht toll, Spike? Schau mal, Spike, ich habe einen Brief bekommen. Hopp, den kannst du später lesen. Los, lass uns hochgehen. Na gut, mir nach. Wow, ist das deine Schmuckschatulle? Ja, Spike, da ist mein ganzer Schmuck drin. Hm, hier riecht es aber gut. Die Kuchen sehen ja lecker aus. Hm, ich liebe Kuchen. Ich will auf den Turm. Los, komm Celestia. Halte dich gut fest, Spike. Es geht hoch. Hopp, ui, was für eine tolle Aussicht. Ich bürste mal meine Mähne. Ich hätte auch gern so eine schöne Mähne, wie du, Celestia. Danke, Spike. Jetzt sollten wir uns aber ausruhen. Los, gehen wir wieder runter. Ist dieser Aufzug nicht toll, Spike? Ja, es macht Spaß, mit dem Aufzug zu fahren. Bis bald, Freunde. Tschüss. Tschüss.